Meine lieben Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Niedertaufkirchen, im Deutschen Bundestag setze ich mich mit aller Kraft und viel Engagement für Sie ein. So habe ich für die Gemeinde Niedertaufkirchen unter anderem den Bau und die Finanzierung des außerordentlich wichtigen Fahrradwegs von Schossbach nach Stetten erreicht. Ich möchte auch künftig für Sie da sein und bitte daher bei der Bundestagswahl am 26. September sehr herzlich wieder um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme. Ihr Stefan Mayer